Hallo, mein Name ist Rudi Stoffelmeier. Ich war für Salomon von 1972 bis 1990. Ich begann hier, hier in diesem Gebäude. Mein Name ist Sascha Stoffelmeier. Ich bin aus Austria und bin der National Account Manager für Salomon Softgoods. Ich bin sehr stolz, ihn zu meinem Vater zu introduce. Das ist der Ort, wo ich angefangen habe. Das ist der Ort, wo Salomon seine Faktor für Ski bindings hatte. Sie haben nur Ski bindings, nichts anderes. Wir hatten vier Models, keine mehr. Und wenn ich Ski habe, ich bin 84, aber wenn ich immer Ski habe, habe ich noch nie Salomon Ski. Nichts anderes. Das ist der neue Salomon Faktor. Great! Wenn ich mit Salomon angefangen habe, das war der erste Binding, die ich habe. Die 4, 44. Das war eine wirklich gute Binding. Das ist der neue Models für nächsten Jahr. Das ist der neue Models für den nächsten Jahr. Das ist der neue Models für den nächsten Jahr. Auf dem Feld ist es eher ein Gefühl. Hier ist es Wissenschaft. Eine Maschine hat keinen Gefühl. Nein. Aber du brauchst beide. Ja. Das ist großartig. Das ist großartig. Wir haben viel Spaß. Muss mir sein wollen. Das ist ein Ski-Toi. Das ist Ski-Toi. Ein Ski-Toi. Das ist ein Ski-Toi. Das ist hier. Das ist für ein Ski. Und jetzt, wenn ich heute sage, ich bin sehr stolz, zu kommen für einen Tag hier und zu sehen, was passiert in den alten Jahren. Und du kannst stolz sein, dass du für so eine Firma arbeiten kannst. Vielen Dank.